Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man die telematischen Anträge an das nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe, die Regionalsektionen, schicken kann, und zwar sowohl als italienisches Unternehmen als auch als ausländisches Unternehmen. Das heißt, das System steht sämtlichen Betrieben und auch Beratern offen, die solche telematischen Anträge auch im Namen ihrer Kunden verschicken möchten. Es gibt eine Webseite, über die man einsteigen kann, und das ist ein wichtiger Link, den Sie sich merken sollten, um in dieses System einzusteigen und dann die telematischen Anträge zu verschicken. Und zwar ist es die Webseite des nationalen Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe. Das finden Sie im Internet an der Adresse www.albonationale-ambientali.it. Das ist eine Adresse, die Sie sich bitte merken, denn über diese Adresse können dann die Berater und die Unternehmen diese telematischen Anträge verschicken, aber natürlich auch andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, zum Beispiel die Jahresgebühren entrichten und die entsprechenden Bescheinigungen schicken. Auf der Adresse www.albonationale-ambientali.it finden Sie dann die Möglichkeit, in das System einzusteigen, sich einzuloggen über Login, und zwar je nachdem, ob Sie als Berater einen telematischen Antrag stellen möchten oder als Unternehmen selbst. Diese beiden Möglichkeiten stehen Ihnen offen und finden sich unter Login Unternehmen Imprese und Studi Consulenza, also Berater. Sie loggen sich also ins System je nach Ihrem Benutzerprofil ein. Wir werden hier schauen, wie sich ein italienisches Unternehmen einloggen kann in das System. Das heißt, unter der Adresse www.albonationale-ambientali.it über Login Imprese Unternehmen klicken Sie diese Schaltfläche an. Sie wählen die Option Imprese Italiana, italienisches Unternehmen, aus und können dann sich anmelden, Ihren Benutzerbereich öffnen über die Eingabe der Steuernummer und eines Kennwortes, eines Passwortes, das Sie erhalten haben, weil Sie schon im Verzeichnis eingetragen sind oder weil Sie sich als neues Unternehmen registriert haben. Wer über diese Zugangsdaten nicht verfügt, muss diese neu anfordern, zum Beispiel ein neues Unternehmen, das nicht im nationalen Verzeichnis der Umweltfachbetriebe eingetragen ist oder ein Unternehmen, das diese Zugangsdaten zwar schon erhalten hat, aber verloren hat, das kann dieses Passwort zurücksetzen über diese Schaltfläche hier unten. Ein Unternehmen, das diese Zugangsdaten also nicht hat, klickt auf diese Schaltfläche, Passwort vergessen und gibt dann an, ob es sich um ein italienisches Unternehmen handelt. In diesem Fall wird die Steuernummer eingegeben. Nun muss das Unternehmen, das die Zugangsdaten zurücksetzen muss, weil es sie nicht mehr findet, einfach nur die Steuernummer eingeben, hier, wo Kodice Fiskale, Steuernummer steht, mit Fortfahren, Procedi, wird dann vom System automatisch der Zugang, die werden die Zugangsdaten aufgerufen und es wird geprüft, ob bereits eine E-Mail-Adresse hinterlegt wird, an die diese Zugangsdaten geschickt werden können. Das gilt also für ein Unternehmen, das schon eingetragen ist, aber man kann natürlich diese E-Mail-Adresse hinterlegen und die Zugangsdaten können dann eben an diese Adresse geschickt werden. Und in beiden Fällen hat man dann wieder die Zugangsdaten. Auch hier klickt man auf Procedi und an die Anschrift, also die E-Mail-Adresse des Unternehmens, werden dann die Zugangsdaten geschickt. Ein Unternehmen steigt also ein über die Webseite Albo Nationale Gestori Ambientali, dann über das Login Imprese. Ein italienisches Unternehmen kann sich hier einloggen, mit dem Passwort und mit der Steuernummer. Das Passwort wurde ja per E-Mail geschickt und dann kann man in das System einsteigen. Im Benutzerbereich des nationalen Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe findet sich dann die Schaltfläche Pratike AGEST, AGEST-Anträge und hier kann man einfach auf diese Schaltfläche Pratike AGEST klicken und hat dann die Möglichkeit, über die Schaltfläche Acceso al Servicio Accedi ad AGES da Telematico also über diese Schaltfläche dann die entsprechende Seite aufzurufen. Nach dem Einloggen öffnet sich also der geschützte Benutzerbereich und man kann mit einem Mausklick auf Crea Instanza, also Antrag erstellen, diesen telematischen Antrag auszufüllen.